Herzlich Willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Bert. Bert. Steh. Wir wollten in diese Gruft, nicht wahr? Kennt ihr die Geschichte aus dem Gruft? Ich glaube, das ist alles Sumpfgebiet. Sobald es regnet, kann man hier bestimmt keinen Fuß mehr vor den anderen setzen. Bestimmt. Dieses Gebäude ist wohl das Einzige, das noch betreten werden kann. Siehste mal. Haben wir ein Glück? Ja. Damals. Und? Damals? Für die Leute, die es nicht geguckt haben, wieso guckt ihr Teil 2 vor Teil 1? Echt mal. Das hättet ihr für Menschen. Pfui, schämt euch. Ja. So, und Darren, das jetzt hier. Diese Steinstatue ist mit Moos bewachsen, wie die anderen auch. Extra gewartet, bis wir fertig sind. Sie trägt einen Schild aus Metall. Nicht so wie wir? Nee. Ungewöhnlich, ja. Eine Steinfigur, die eine Waagschale hält. Die Schale ist leer. Damals haben wir da was reingefüllt. Ja. Ja. Könnte Poseidon sein. Zumindest hält die Statue einen Dreizack in der Hand. Das mag richtig sein. Ja, aber nicht alle Leute sind Poseidon. Eigentlich ein wildromantischer Ort. Nur der stinkende Sumpf draußen ruiniert die Atmosphäre. Ich gucke auf an, ob das römisch oder griechisch ist. Weil griechisch ist Poseidon und römisch ist Neptun. Kultur. Kultur. Eigentlich ein wildromantischer Ort. Die Decke ist teilweise eingestürzt. Das scheint aber auch schon ein paar Jahre her zu sein. Okay. Mag sein. Der kleine Van Helsing meinte, Angelina hätte sich lange hier am Grabmal herumgetrieben. Und hier liegt der Deckel nicht bündig auf dem Sarkophag. Michtig verdächtig. Sieh an, sieh an. Hier sind kleine Steinsplitter an der Kante abgeplatzt. Sieht noch nicht sehr alt aus. Siehste mal. Da muss da wohl was sein. Angelina hat den Sarkophag geöffnet. So viel ist klar. Aber warum? Tja. Kritzel, kritzel. Aber warum? Guck mal, hier sind Tragegurte. Da liegen zwei Gurte. Tragegurte, wie es scheint. Sie sehen neu aus. Nimm mal mit. Wir nehmen. Ja. Auf jeden Fall. Ich liebe Ihnen. Die Gurte sind aus einem reißfesten Gewebe. Die halten einiges aus. Gut. Gut, gut. Aha. So. Ich mach das mal fest. Ich lege den einen Gurt um die hintere rechte Ecke und den anderen um die vordere linke. Fein. Die Gurte sind gerade lang genug, um sich in der Mitte zu berühren. Gut. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Spitzenidee. Ich habe leider meinen Kran vergessen, an dem ich den Flaschenzug aufhängen wollte. Darren, sei nicht so sarkastisch. Ja, aber Kiki. Aber so ist das Kiki. Ja, so ist er nun mal. So. So haben wir ihn lieben gelernt. Der Randzieger, der Randzieger, okay. Ja, dann suchen wir uns. Aber wir hatten einen Haken gesehen. Unter solchen Sarkophagen findet man in Gruselgeschichten immer Geheingänge, die in noch geheimere unterirdische Räume führen. Genau. In der Realität kann ich das aber ausschließen, denke ich. Nein, nein. Da leben wahrscheinlich nur widerliche Käfer und leichenfressende Magen. Nein, nein. Also im ersten Teil. Da waren wir drin. Da waren wir drin. Ganz genau. Ja gut, vielleicht brauchen wir hier noch etwas. Ja, stimmt. Da hat ja das Haken nicht genommen. Genau. Die Bäume haben erst ziemlich weit oben die ersten Äste. Und so gut wie keine Blätter. Es geht ihnen eindeutig nicht gut. Aber sie sind trotzdem deutlich zu dick, um sie abzubrechen. Ach, wie schade. Statuen. Trapp, trapp, trapp. Die Statuen zeigen verschleierte Frauen, die um die Toten trauern. In ihren Büchern steht... Nichts. Aha. Sehr gut. Aufregend. Ja, dann gehen wir zurück. Ja, stimmt. Da war das in allem was an dieser Wand. Ja, der Haken. Dann nimm doch mal Haken. Ja, aber den konnten wir nicht nehmen. Der steckt so fest da drin. Da brauche ich mich gar nicht anstrengen. Der sitzt fest. Vor allem der Witz ist ja, er ist vorher hier rübergeklettert und in den Rast rein. Und jetzt spaziert er locker dran vorbei. Naja. Das plausibel ist. Das ist ein Fantasy. Ja. Vielleicht gehen wir noch mal zurück und fragen den Jungen, ob der uns irgendwie helfen kann. Ja, vielleicht ist der ja stärker als wir. Genau. Hallo, Junge. Wir fragen dich mal, wie der heißt. Wie soll der? Tja, ist doch egal. Ja, ein random kid. Ah, eine Axt. Guck mal. Na du? Hallo. Ähm. Ein schönes Beil hast du da. Voll cool. Habe ich gefunden. Kann ich es mir vielleicht mal ausleihen? Ein Vampirjäger... Frag doch noch deine Haken ab. Kann ich es mir ausleihen? Hörst du auch irgendwann auf, ein Vampirjäger zu sein? Was soll ich denn sonst spielen? All meine Spielsachen sind im Haus. Nicht alle. Schau mal. Boah. Mein Auto. Verrückt. Ha. Und? Schlau. Ich exitiere Kram. Und? Hallo? Ich muss weiter. Hältst du hier die Stellung? Klar. Oder hast du schon... Naja, wie nicht? Ach, Junge. Echt. Pflock. Ein etwa 30 Zentimeter langer, angespitzter Holzpflock. Ja, hier haben Vampire. Ich glaube kaum, dass es hier Vampire gibt. Auf jeden Fall. Ach so. Da ist ein Beil auf dem Boden. Hätte doch nicht genommen. Ah ja, da ist es ja. Das Beil des kleinen Kerls. Hat seine besten Tage schon hinter sich. Ja, nimm es doch. Kann ich mir eben dein Beil ausleihen? Na klar. Na klar, nimm doch. Nimm es doch. Vor fünf Minuten war es unmöglich, aber jetzt. Okay. Ja, jetzt hat er ja das Auto. So. Das Auto. Das Auto. Mein Herzen hat er auch mein rotes Auto. Genau. Der Riss im Schlauch ist so groß, dass sich das Wasser auch einfach gleich auf den Boden plätschern lassen kann. Schade. Tja, mein Gott. Muss ich das irgendwie reparieren? Nee, keine Ahnung. Alter. Also, die Idee ist ja gar nicht so schlecht. Ja, ne? Weil das müssen wir bestimmt irgendwie nass machen. Bestimmt. Bestimmt. Ich versuche mit dem Beil den Haken zu lösen. Mach das mal. Bock. 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 Und? Klappt es? Sieht gut aus. Ja. Sehr schön. Ich bin stolz. Das hat erstaunlich gut geklappt. Hervorragend. Okay. Kann ich das irgendwie verbinden? Nein, kann ich nicht. Okay. Was machen wir als nächstes? Baum. Bäume fällen. Los. Das kann dauern. Ja. Dürfte länger dauern, als es müsste. Die Axt ist recht stumpf. Ja, wir haben ja auch vorher in die Wand gehackt. Zu komisch. Später. Ich habe die Bäume gefällt und die Stämme auf gut anderthalb Meter gestutzt. Sehr brav. Was ist das? Die Baumstämme sind armdick und ziemlich lang. Cool. Die Baumstämme sind armdick. Ja, ja. Und? Zusammenbinden? Ja. Wie war das noch? Irgendwie konnte man aus drei Hölzern einen Dreibaum binden. So. Und so. Ja, genau. Und jetzt? Ein Dreibaum. Muss nur noch aufgestellt werden. Cool. Ich platziere ihn so gut es geht über dem Sarkophag. Tu das. Ich kann mich auch noch erinnern, dass man theoretisch auch diesen Haken hier in die Marode eine Decke machen kann und das daran festmacht. Und dann sterben wir. Bieso sterben wir so ein bisschen? Weil die Decke dann runterkommt. Ah. Also wenn man sterben möchte, kann man das tun. Wir möchten nicht sterben. Warte mal. Oder? Ich hänge den Flaschenzug am Seil ein. Ich versuche so viel vom Seil zu erwischen, wie es nur geht. Okay. Da musst du zu speichern. Oder wenn du stirbst, wirst du direkt wieder da. Oder ist es jetzt schon spät? Nee, also man fängt immer da an, wo man dann aufgehört hat. Das ist ja nicht so schlimm. Genau. Warum sollte ich das Risiko jetzt noch eingehen? Okay. Jetzt macht er das nicht mehr. Ah, okay. Weil er schon so weit ist. Ja, weil er schon die bessere Lösung hat. Aha. Also wer sterben möchte, kann das kein Problem. Theoretisch sollte ich damit den Deckel öffnen können. Cool. Und? Mach doch mal. Zieh doch mal. Zieh. Zieh. Ganz vorsichtig. Ich hoffe, das hält. Ja, ich hoffe auch. Aha. Das haben wir hier. Stufen, die hinabführen. Nice. Geh doch mal. Der Spalt ist groß genug, um sich hindurch zu quetschen. Ich hoffe nur, dass meine Konstruktion nicht zusammenbricht, sobald ich drin bin. Ja. Yolo. Das wäre nicht so gut. Ah. Ah, das Labor. Von Professor Chemiker. Genau. Dass mal alles um die Ohren geflogen ist. Aus Versehen. Aus Versehen. Uh. Wo bin ich denn hier gelandet? Tja. Da staunst du wohl. Sieht aus wie das Innere eines Turms. Ja. Das ist die Turm von ihm. Und hier ist eine Art Krater im Boden. Scheint so, als wäre hier etwas explodiert. Schon möglich. Ja. Ja. Die Explosion muss recht heftig gewesen sein. Aber anscheinend hat es nicht gebrannt. Die Trümmer sind alle unverkohlt. Okay. Tresor. Ja, wir können einen Toten beklauen. Der Tresor hat die Explosion unbeschadet überstanden, würde ich sagen. Diese Brandspuren dürften vom Schweißgerät stammen. Aha. Der Junge meinte, Angelina sah recht zufrieden aus. Irgendwie muss sie den Tresor doch geöffnet haben. Was haben wir hier? Ja. Ein Kombinationsschloss. Aber nicht mit Zahlen, sondern mit Buchstaben. Mhm. Mit Buchstaben. Mit Buchstaben. Buchstaben. A. S. Ja. Na ja, so kommen wir ja nicht weiter, nicht? Wir müssen also irgendwas finden, was uns weiterhilft. Tja. Ich kann hier nur raten. Genau. Schweißgerät. Holla! Ein Schweißbrenner. Angelina hat schweres Geschütz aufgefahren. Scheint aber nichts genützt zu haben. Der Tresor wurde nicht aufgeschweißt. Tja, da muss ich es hier irgendwo posten. Das Plakat hat die Explosion relativ unbeschadet überstanden. Vermutlich wurde es von der Druckwelle frontal erwischt und gegen die Wand gedrückt. Aha. Hier gibt es eine Tabelle, die die Häufigkeit von Blutgruppen zeigt. A, B, B, A, D, äh, nee, ach, Nitti, Null. O, B, G. Was denn? Blutgruppe O. A, A, B, A, O. Ich dachte Null. Ich dachte D. Nein, ich habe mich mit D vertan. Die gibt es ja gar nicht. Ich bin für O. Also A, B, B, A, O. So wie aber. Mit O. Aber O. Aber O. Guck mal, aber O. Du dachtest, du kaufst bei H. Überall liegt Papier herum. Das meiste völlig aufgereicht von D. Nimm doch. Moment. Moment. Hier ist eine Mappe. Sie ist nur in einer Ecke nass. Ach so. Wie ist es? Hat da jemand Hunger gehabt? Zeitungsausschnitte. Hm. Von 1981. Zwölf Jahre her. William Gordon tödlich verunglückt. Willow Creek. Aha. William Gordon stürzte am Dienstag aus bisher ungeklärter Ursache aus seinem Arbeitszimmer im Turm des Blablabla. William Gordon. Selbstmord. Wie die Polizei heute mitteilte, handelte es sich beim Sturz des Hausherren des Schlosses Black Mirror in der Nähe des Ortes Willow Creek aller Wahrscheinlichkeit nach um Selbstmord. Hier ist ein anderer Artikel. Hier ist ein anderer Artikel. Eine Woche später. Grausige Mordserie in Willow Creek. Bla 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 bla. Jüngstes Opfer der Blutserie. Der erst zwölfjährige Vic Valley. Nach Angaben der Polizei wurde seine Leiche bei einem Steinkreis im Wald entdeckt. Der Zustand der Leiche lässt einen rituell begründeten Mord vermuten. Noch zwei Wochen später. Hauptverdächtiger in den Willow Creek Morden identifiziert. Wie Scotland Yard mitteilt, wurden an drei der Tatorte Spuren sichergestellt, die eine Verwicklung von Samuel Gordon, dem Enkel des letzten Monats umgekommenen William Gordon, nahelegen. Samuel Gordon wurde vor zwei Wochen tot am Fuße eines Turms von Black Mirror Castle aufgefunden. Eben jenes Turmes, von dem sich zuvor sein Großvater, bla bla bla. Bla 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 bla. Berichte über die Mordserie in Willow Creek von vor zwölf Jahren. Kein Wunder, dass Sir Richard sich dafür interessierte. William war sein Bruder. Da könnte einen das interessieren, das stimmt. Ja, das ist schon ein bisschen. Das könnte sein, ja. Wieso hatten wir schon eine Blutgruppe S im Grund? Ja, das soll die Leute verwirren. Ah, das quietscht ja wunderbar. Ah, A, B, B, A. Ach, da haben wir es doch schon. Hm. Hm, Nanu? Nanu? Was haben wir denn hier? Hm. Eine Metallhalterung mit mehreren Blutkonserven. Davon sprach auch der Junge. Auf jeder Konserve steht eine Zahl. Und an der Rückseite des Tresors klebt eine Liste mit Namen. Mal sie. Mal sie. Die Nummern eins und fünf fehlen. Das sind Trommelwirbel. Das sind Richard Gordon und William Gordon. Das Blut der Gordons. Was will Angelina damit? Das ist schon im Klöse. Das ist schon tatsächlich. Oder will sie verhindern, dass es andere in die Finger bekommen? Tja, weil das ist nicht. Ich kann ihr nicht mehr vertrauen. Nein. Sie steckt in der Sache drin und sie hat mich angelogen. Ich sollte zurück nach Willow Creek fahren. Vielleicht ist sie da inzwischen aufgetaucht. Und dann... Dann sehen wir weiter. Ja. Jawohl. Okay. Durchgang. Da komm ich nicht durch. Nach wenigen Metern ist der Gang eingestürzt. Na gut. Ja, da land ich. Ach, was denn hier? Ketten. Ketten, Schmiedeeiserne Ringe, grob behaune Steine. Nicht gerade das, was man ein modernes Labor nennen würde. Ja, ist ja auch schon... Eher wie aus einem Frankensteinfilm. Ach, komm. Oh, ein Rohr. Ein Rohr. Hm. Ein Stück Plastikrohr. Ja, nimm's. Ich stecke es ein. Ja. Juhu. Gauen wir immer gebrauchen. Genau. Ziemlich leicht. Die Wände des Rohrs sind dünn. Vielleicht gehört es zu einem Belüftungssystem oder so etwas in der Art. Aha. Kann man damit irgendwie den Schlauch reparieren oder so? Gut, okay. Das würde nichts bringen. Ach, nein? Der Riss im Schlauch ist gut einen Meter lang. Das Rohr nicht mal einen halben. So kann ich den Schlauch nicht flicken. Ach, wie schade. Noch irgendwas? Riss. Ob der Riss von der Explosion stammt oder ob er später dazu kam, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Tja. Das war der Tresor. Ne, okay. Das ist aber eigentlich nichts. Eine Explosion, die solche Schäden anrichtet, in einem geschlossenen Raum. Sir Richard hatte keine Chance. Offensichtlich nicht. Boah. Warst du in der Gruft? Gibt es da Särge? Beeindruckt. Ja, aber keine Vampire. Schade. Was ist denn? Ein Auto. Der andere Mann ist zurück. Der andere Entführer? Aha. Danke für die Warnung. Lauf nach Hause und sag deinen Eltern, sie sollen die Polizei rufen. Ja? Ja, cool. Cool, ich glaube. Ja. Ich muss vorsichtig sein. Tom wird nicht begeistert darüber sein, dass ich verschwunden bin. Nein. Nein, wird er nicht. Definitiv nicht. Okay, das hatten wir schon. Aber... Der Schild wurde seit Jahren nicht bewegt. Falscher Alarm. Okay, wir gehen mal raus. Vielleicht... Ah, okay. Aber vielleicht muss Tom da rein. Ja, dann müssen wir das wahrscheinlich noch bewässern oder so. Den Gartenschlauch, der ja kaputt ist. Mit Spucke. Mit Spucke. Es scheint hier zum Glück länger nicht geregnet zu haben. Deswegen ist der Morast verhältnismäßig trocken und hart. Okay. Sonst wäre ich tiefer versunken und hätte mich wohl nicht alleine befreien können. Das würde nichts bringen. Das würde nichts bringen. Was ist das da oben? Gartenhaus. Keine Chance. Die Tür ist verkeilt. Und auch wenn nicht, das Gebäude sieht mir stark einsturzgefährdet aus. Ja, ist es wahrscheinlich. Diese Mauer ist sicherlich genauso alt wie der Turm. Und genauso baufällig. Ich sollte mich von ihr fernhalten. Die einzige Funktion der Mauer scheint das Tragen des Tores zu sein. Ich will sie nicht dabei stören. Kaputt. Wie alles hier. Da unten gibt es nur Steine und Gerümpel. Vielleicht auch noch ein paar Fundstücke aus dem Mittelalter. Schwerter, Rüstung und solche Dinge. Aber da sollten sich Archäologen drum kümmern. Na gut. Außer den verkohlten Stellen an dem Gemäuer kann ich nichts Interessantes erkennen. Okay. Mal weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da etwas Interessantes drin ist. Aber von hier aus komme ich nicht rein. Ja, da waren die ja auch schon drin. Schleichen. Da hinten ist Toms Wagen. Ob ich den vielleicht kurz schließen könnte und... Mir egal, was mit deinem Kopf ist, du dämliches Stück Scheiße. Meine Güte. Sieh zu, dass du die alte Schachtel endlich ans Telefon bekommst. Ich halte hier Ausschau nach dem Arschloch. Ich kann dich hören. Schreiben wir uns ja selber auf. Er hat mich Arschloch genannt. Gemeinheit. Ich komme nie bis zum Auto. Tom würde mich entdecken und ich glaube, ich habe eine Waffe gesehen. Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten. Ich warte hier auf die Polizei und erkläre denen stundenlang, was los ist. Oder ich stelle Tom eine Falle und klaue seinen Wagen. Ja, ich wäre für Letzteres. Aber bevor wir dann... Na gut. Speichern wir... So sehen wir uns... In der nächsten Folge.